Herzlich willkommen zur Fotosession. Hier bekommt ihr mal die Aufgabe, ganz besondere Fotos zu machen. Eure Aufgabe heute ist, findet Gesichter. Ganz oft muss man ganz genau hinschauen, aber dann findet man wirklich ganz, ganz viele. Oder ihr gestaltet mit einfachen Alltagsgegenständen selber ein Gesicht. Schickt dann die fertigen Fotos zu Gabi und die coolsten werden auf der Homepage der Gemeinde Stemwede veröffentlicht. Viel Spaß dabei!